Das ist so gut. Gut. Kommst du mal bitte ins Konto? Ja, danke. Willst du noch mal rein? Marina? Willst du auch? Nein. Komm, Dalko? Gucke mal aber jetzt, oder? Nee, ich geh dir nicht zurück. Oh, du bist eine Frau. Ja, will noch was. Bist du Frau? Warte mal. Also der wird normalerweise nicht so verwöhnt. Der wird kurz gehalten und Dieter muss was essen. Er kriegt auch mehr Leckerlis. Es stellt da manche nicht an.